hallo liebe leute wieder hier auf woogie auf meinem kanal und zwar geht es heute wieder weiter mit im famous second song es war jetzt letzte folge war mittwoch zwischendurch war eine lange pause die waren leider nicht da und konnte deswegen auch leider nicht aufnehmen aber heute geht es hier weiter und zwar mussten wir letztes mal diesen komischen suv traktor oder die mann zentral zerstören und dann geht es ab jetzt weiter müssen wir so wie es hier steht die dup truppen besiegen das war dasselbe sagen legen wir gleich los hier um zu labern dass gleich die post abgeht hier wieder in dem spiel und zwar ab hier und die machen aber die kumse die noch nicht so gut aber heil nicht lang oh liebe all diese büge Bucke ist zerstört Bucke nicht zerstört warum bin ich nicht am Bucke noch im Bucke Jetzt habe ich den Haufen mehr oder was? Okay, warte mal. Können wir noch durchgehen? Aha! Zapf, zapf, zapf! Damn! So! Und jetzt gehen wir einmal durch. Oh, yeah! Was geht ab? Das hält mir. Wir brauchen irgendwas mit. Na, dann lass uns denen die Augen ausstechen und die Ohren abschneiden. Okay, ich sehe dich auf dem GPS. Du bist nicht weiß, man hat eine neue Kommandozentrale. Wenn du ihn lahmlegen kannst, können sie dich nicht mehr so gut verfolgen. Mobile Kommandozentrale verstanden. Wie sieht so ein Ding denn ganz genau aus? Wie eine große gepanzerte mobile Einheiten mit seitlichen Anschlüsse. Und wieder Punktrausrüstung auf dem Dach. Das sind gespeichert letztes Mal. Okay. Okay, gut. Da sollten Lüftungspanäle an den Seiten sein. Schreibe genug von denen aus und der Kern wird überhitzen und breiten. Okay. Panäle wechseln. Klar. Dann machen wir den gleichen Spaß nochmal. Dann machen wir den gleichen Spaß nochmal. Kann die nicht kaputt machen die Dinger? Das ist aber wunderbar. Das ist so. Ne, die sind nicht kaputt. Schade. Ah, Spägel zurück, okay. Nur so die Typen hier noch. Vielleicht noch acht. Die Mainzentrale immer noch. Okay. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Video Pust. Kaputt nochmal. So. Das war einer. Vielleicht zum nächsten hier. Oh, jetzt sind wir da. Die Läger. Ja. Jetzt arbeiten wir in der Mitte. Die Läge. Die Läger. Die Läger. Sie helfen uns. Und ich Опять. Die Läger. Ja, jetzt habe ich newus und den Läger. start aus der wir sind nicht mehr vielleicht mal wieder ein bisschen Karma erhöhen wo sind die noch welche auf der Karte sind noch einige wo sind die alle nach da oben gehen rüber da der andere wo jetzt noch nochmal drüber Marlowe und wird feilen und die man erst mal kaputt machen sieht aus ich aber da hast du dich an und das ist ja hier drauf ne jopp und ich kriege Energiestrahl, das ist natürlich super so ah klar so also bräuchte qualmen irgendwo her verdammt, wo kriege ich jetzt qualmen hier unbedingt qualmen unbedingt da oben ist was so dann kann ich mal die Wände hoch da so so salab oha 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 quasi wieder weg das sind zwei Stücke ja ja so so ich weiß echt wenn sie die mangelotentrale immer noch die Hauptkirche die Hauptkirche oh man so 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 anheben und halten anheben und halten das das sieht nicht gut aus du bist wohl die Verstärkung oho oha mit Minigun ja ne die ich die das Boah! Wow! Okay. Ah ja. Gut. Das finde ich ist doch ziemlich stress. Oha! 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 Boah! Du kommst ja gar nicht weg von dem. Ach du kack die Wandern. Weil ich muss ja nicht Energiekernen auf so! um wo 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 ich zu viel Action hier Boah, sind aber echt viele Oha Okay Okay Fertig machen Das ist ja ein bisschen Sprayn Schon ein bisschen krass Zumal ich jetzt auch Komolin habe Ja genau Okay Für mich ein bisschen hart Die kleineren sind mir definitiv lieber Also irgendwie Von der rennt er auch so schnell Wie kann er so schnell laufen Hä So schon wieder Mach mir los Komm 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 schön hier bleibt noch einer herkommt Dankeschön. Aber hier sind wir wirklich ja auch nicht. Irgendwo. Das ist eine Scherbe. Das ist wichtig. Noch eine Scherbe. Aber da nimmt überall noch rum. Irgendwo. Oder? Wo ist denn hin? Hm. Uh. Den großen DUP-Agenten kräftentziehen. Den großen DUP-Agenten kräftentziehen. Oh. Oh. Wie wär's mit dir, Großer? Kräfte entziehen. Ah. Ah. Aha. Geht nicht. Kann ich grad nicht sagen, Mann. Hier kommen DUPs aus allen Richtungen. Nichts wie Vector. Ja. Toller Rat. Okay. Mission abgeschlossen. Willkommen in Seattle. 5 Upgrades verfügbar. Fortfahren. Ja. Super. Das lief so einigermaßen ganz gut, muss ich sagen. Es war schon schwer. Mit dem großen Typen eben gerade. Das war schon echt tricky. Aber. Es hat geklappt. War cool. So Jungs. Und Mädels. Ab hier ist immer wieder Feierabend. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert mich. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao Leute. ngày 16 Uhr. 05�. Im Vergleich zur Bedeckung ... Lic mentale Julien Sage ... 05.